29.09.2024 der Filwo ist in Eschweiler beim Eschweiler Citylauf. Der MC Eschweiler ist lange oben im Wald gelaufen mit seinem Volkslauf und ist jetzt in die City gewechselt und damit auch vom Samstag auf den Sonntag gelaufen wird über eine 1,7 Kilometer Runde, den Start haben wir hier, ja links geht die Runde weiter, allerdings für den 10er muss hier einmal auf 1,2 abgekürzt werden. Und da haben wir das Ziel. Na nu, was haben wir denn hier? Das sieht mir verdächtig nach einem Stimmungsnest aus. Wollen wir mal schauen, was das wird. Der Blick auf die Kunst ist zumindest bei der Premiere noch ein bisschen eingeschränkt. Und ein verblasster Blick in die Vergangenheit. Hotel, Restaurant zur Post, wie Kühler. Oder was ist das? So, diejenigen waren gerade bei einer Premiere veranstaltet wie dem Echweiler Citylauf. Die kann man eben nicht unterscheiden. Ich habe 26 Jahre die erste Auflage hier in der Stadt und dementsprechend natürlich viel Arbeit, viel Neuaufbau für den Verein und da gab es zwei Hauptverantwortliche, nämlich den Holger Klein und den Thomas Faust. Vielen Dank. 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 Michael. Michael. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020